Herzlich Willkommen zurück zu Darksiders in the War of Monster Edition mit Samkrimiker zu meiner Menschkeit. Tu mein kleiner Torwäschter. Möden meine Ahnen dich segnen. Danke Bro. Danke. Verwüster. Diese Erweiterung erhöht den Schaden den Krieg bei Angriffen und Umgebungswaffen verursacht. Erhöht den Schaden den Krieg bei Angriffen mit Umgebungswaffen verursacht. Oh, okay. Ungebungswaffen sind zum Beispiel wenn ein Gegner eine Kanone hat und die dann liegen lässt. Würde ich jetzt mal sagen. BÄM! 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 Komm. Und so sieht es aus wenn man das komplette Ding hat. Also das hier. Und hier ist dann die Armageddon Klinge aber das kommt dann später im Verlauf… das erst was ich eigentlich schade finde die hätten das ruhig eher machen können aber ich will ja eine Spoiler und für den anderen Parts zumindest eine 4 nur dass ich irgendwie versuchen werde natürlich die Abgrenzrüstung teile die ich so weiß normal zu sammeln ich habe zu dem Zeitpunkt wo ich das ist er tot? krass der ist echt tot kranker Shit alter kranker Shit save ein Stupse krass, wieso sind deine? echt, wenn du das ohne Witz jeden der wissen will was alles abgeht und wie alles abgeht spiel das Spiel komplett durch und rennt einfach von Anfang bis Ende jede Stage nochmal durch das ist ja der Wahnsinn hier ist noch was zum Beispiel da wird wahrscheinlich nur ein Artefakt sein oder eine Truhe wo so ein, wo ein Kampf wo so ein, ich nenne es mal Sticker oder Erweiterung für die Waffe drin ist weg so der ist weg so der ist weg dann haben wir oder? du bist doch voll im Flamme Baby so so nein, tu mir nichts, du bösewicht Du hast mich, du hast mich echt geschlagen, oder? Wir sterben. Und, brennt er kaputt? Brennt er kaputt? Nö. Okay. Das können wir erledigen. Sire. Oh, ich muss noch so viel laufen. Und bevor ich dort ankomme, muss ich noch ein Zwischenboschblatt machen. Oh, eine Fledermaus. Halten sie an, Holte Malt. Halten sie an. Oh, das ist noch eine Holte Malt. Ach ja. So, was haben wir denn noch hier? Alles schönes im Angebot. Pulverisiert, würde ich sagen. Pulverisiert. Oh, cool. Ich kann mir jetzt noch ein Gefäß kaufen. Nice. Ey, ich will hier durch, verdammt. Oh, so komme ich durch. Und so? So nicht. Okay. Wir wollen zu wohl grünen. Achso, noch was? Warte, warte, warte. Bevor es vergesst. Falls ihr im laufenden Display ein Déjà-vu erlebt, ich werde das derweil am Ende des Projektes, werde ich erst dieses Item finden. Oder zumindest das Fragment. Na, was geht? Komm her, Bitch. Nice. Und weg damit. So, ihr hört, hier sind noch ein paar Zombies. So, der brennt erst mal einen Schott an Asche. So, der chillt erst mal dort oben in seinem Lager. Der hat den Boden geküsst. So, wie du mächtig bist. So, das ist, wie du mal dranstest. So, wie du sagst, wie du sagst. So, wie du sagst. So, wie du sagst. So, wie du sagst. Ich weiß. Dämonenschneider. Hm. Dämonenschneider. Bam. So, ich hab meine Tüche, ich hab mein Kiengefäß geholt, weil... Ich hör was. Ach so, hier. Weil ich, glaub ich, bei dem ersten, ich nenne das mal Dungeon, ja, ich weiß nicht. Dungeon, so ein Ding krieg, so ein Gefäß. So eine Heilung. So eine Essenz. Die dann automatisch in mein Ding reinflippt. Na, Keule, was geht? Ich hab's hier... Ah, bitte hier aufräumen, ja. Geht ja nicht so, was hier abgeht. Schlimm. Ich muss mal bitte Platz machen. Ich will tanzen, Alter. Ich möchte tanzen. Ich brauche einen Dancefloor. Ist der da rausgefallen und dann den Weg nochmal hochgelaufen? Was für ein Playboy. Zitzer. So, es kommt gleich der Zwischenboss. Oh, die kommt, um mich zu begrüßen. Ungebildeter Klotz. So, Stücke des Lebenssteins. Vier Bruchstücke, um einen Lebensstein zu erhalten. Ach, das sind die... Ah, okay. Das sind keine Lebensbalken oder so. Das sind Lebenssteine. Die er in seiner Hosentasche mitträgt. Was trägt man heute so? So, und gleich kommt der... Und gleich kommt der Zwischengegner. Und ich werde auch nicht hinkommen können. Also, der wird erst mit Autos werfen. Oh, was habe ich für eine Angst. Scheiße, das Ding ist ja weg. Oh, nein. Ein Auto. Mach's doch. Komm her. Kleine Bitch. Okay, das war ein Zwischengegner. Was ist mit deinem Mund? Du hast den Mund kommen. Du hast übelst den Mundpfeiler, mein Freund. Hat der mal einen Heep ausgekontert? Was ist mit deinem Kopf ab, Alter? So ein Assl-Typ, ey. Schlimm. Souverän gemacht. Souverän gemacht von mir. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Habt ihr es da oben auf dem Dach gerade löschen gesehen? Ich kann euch jetzt schon versprechen und sagen, dass ihr später nochmal her müsst. Alter, wie ich den Typen auseinandergefetzt habe. Oh, ein Sofa. Cool. Hat der bitte was von den Elbmann, die Sofa. Boah, Alter. Alter. Schlüssel des Betrachters. Ein verzierter Schlüssel, in den das Symbol eines Auges eingraviert ist. Schalte eine Barriere frei, die sich in der Nähe befindet. Oder halt am Arsch der Welt. So, weiter runter geht's nicht. So, sonst haben wir hier auch alles. Okay, dann gehen wir hoch. Ich bin richtig gut unterwegs, ey. Da muss ich mich mal kurz selber loben. Video Time. Hier lang. Da ist nichts. Nur ein Dämonentrick. Ich weiß, was ich sah. Er hat recht. Oh, Riel. Es ist da. Unter dem Gestank dieses Ortes. Man spürt es. Uralt. Weder von der weißen Stadt, noch aus den schwarzen Tiefen. Dazwischen verloren. Höhlenwache an die Waffen. Er schlagt ihn. Yay. Niceer Scheiß. Ich bin bereit. Esrisch. Äh, Engelsbestier drücken sie zum Schießen. Drücken und halten sie. Um Feinde als Ziel für Homingschüsse zu erfassen. Ich bin bereit. Pam, pam, pam. und habe ich vier so kann man übelst wir sehen sammeln das ist mega geil man könnte quasi danke das geile ist wenn man hier stirbt zum beispiel gut ich muss die kugeln erwischen danke gut habe ich save habe ich erwischt ich habe mal erwischt man könnte quasi immer wieder sterben nachdem wir geflogen müssen wir gefahren wird weil sie sehen die tue vorbehalten was eigentlich mega fehl ist versteinert scheiße ich muss die dinge weg machen scheiße 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 die kennt einen schon übelst weg kratzen weg kratzen okay ich lebe mal das ist die kumpel angestürmt kann ich nicht so platt machen ich kann nicht so platt machen glaube ich das ist die kumpel das ist die kumpel auf dem klinge dünn mit ihnen schuss weg machen kann stück das vor jetzt kommt er so wenn man jetzt stürbt tut man immer quasi hier anfangen hier töten einfach zu sehen zeug man kriegt auch wenn erfahrungsmüll das ist mega geil erwischt erwischt es kommt noch 12 von von glaube ich hier zeigt ich heiße ich hab noch ein schritt offen englisch das witzige an der haus dass man die fischer dass man die fischer und auch in spitz nummer sieht also wieder sieht das ist schon sehr geil der tag hier bar und vorne scheiße schlecht man könnte jetzt quasi einfach sterben und er würde mal wieder hier anfangen zack drüben mhm ja zack schön schießen hier immer schön ballern anvisieren und abdrücken leiden müssen die leiden ich bin überlegen ob sie schon vorher auch da und einfach jetzt dazu sind na zack 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 erwischt und da bin ich auch schon nope so wo habe ich den die position haben wir schon mal komm mal her zack na geht doch du zack 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sammle erstmal Das ist Geldregen, Bitches Yeah So, ich glaube, hinten ist noch eine Kiste, aber ich glaube, eine Lebenskiste, die habe ich mir auf Ledermaus, Ledermaus Lebenskiste, genau Die normale So, da drüben In der Höhle Ist der Dieser nette Herr Der Zombie Der besondere Zombie, sagen wir es mal so Wo du Haufen Seelen kriegst Oh, ich kotze jetzt schon ab Oh, ich weiß jetzt schon, was auf mich zukommt, ey Ach, ja Ich glaube, von den vier Dungeons, die man besuchen muss, du bist der am schlimmsten Was man hier für einen Scheiß machen muss, das ist der Wahnsinn Ich glaube, das war, ich glaube, so schlimm war das bei den anderen nicht Dann nimm Dann nimm So, mein Freund, wo ist der Nächste? Zack Wegpenetriert So, wo ist der andere? Auf der Seite? Ach, der ist doch, tut cool Ach, wird so mal interessant So, den? hey whoa 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 ai so Das war die Links-Rechts-Kombination. Okay, okay, okay. Okay, ich muss jetzt mal durchkämpfen. Ja, gut. So, ich würde sagen, wenn ich den Pater an der Stelle... Donativen entspannt, tiefenentspannt. Ich spiele doch, ich spiele doch weiter, ich spiele doch weiter. Bloß jetzt nicht in dem Part, in der anderen Part. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht wenig sinnvolles, das war Darkseid. Das ist The War Master Edition, mit seinem Mikat zu meiner Wenigkeit. In dem Sinne, macht irgendwo sinnvolles. Yeah.